Minecraft-Zeit und das einfach so stehen lassen und einfach in einem Block Höhe mehr arbeiten Ich nehme jetzt hier die Technik erstmal wieder raus also sprich ich nehme den Strom weg die ganze Energie, das ganze Gedöns, das ganze Gemache, das ganze Getue wir sind im Übrigen immer noch alleine ich glaube der MS-74 hat es einfach nur verpennt und dann werden wir hier einfach schlichtweg in dieser Höhe arbeiten jetzt ziehen wir erstmal natürlich die Richtung woanders hin kann ich die hier abbauen? ja, kann ich dann sieht das nämlich so aus so, vollendermaßen hier müsst ihr jetzt erstmal die Strippe hin komm, bau ab zack, so so rum dann muss da ein Servo drauf so, haben wir es ich fehle im Übrigen immer noch das möchte ich auch nicht ablegen so, jetzt machst du den mal leer dann kommt hier ein einmal Strom drauf so 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 dann muss hier der Strom runter ja, ja komm, bau ab das Ding sooo wo sind denn meine da da dann brauche ich hier noch Strömskin dann machen wir die Kiste mal voll mit allem was da dahin gehört die Kiste ziehen wir leer den ziehen wir leer der ist leer, das ist schon mal gut dann bauen wir den nämlich gleich ab den nehmen wir auch schon mal weg dann haben wir das schon mal erledigt hier machen wir dann im Übrigen gleich eine schöne Treppe äh, eine Treppe drumrum oder so, mal schauen jetzt nehme ich erstmal hier ein bisschen was runter weil das geht mir dann doch ein wenigst dezent auf die Ketten zip, 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 zip und dann können wir uns an die, äh, Landschaftsgestaltung machen später also hier hinten weil das sieht ja das sieht ja doch schon ein bisschen ulkig aus so hier sehe ich im Übrigen gerade hat er noch ordentlich, ordentlich Material nicht abgesetzt das passiert so häufig dass es mir eigentlich schon fast egal sein muss pass mal auf pass mal auf so, das packen wir jetzt alles da rein damit ich hier mal Platz kriege das sieht nämlich alles aus wie Kraut und Rüben hier so, 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 so die Energie kommt da hin den Wagen nehmen wir da hin die Energie nehmen wir da hin und dann nehmen wir uns jetzt hier so ein paar Stacks mit fünf, sechs, sieben, acht so machen wir das dann gehen wir mal da runter da rein fliegen und tschüss eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs so jetzt machen wir hier die ganze Hütte mal dicht ne das geht schneller wenn wir das so machen traditionell wie vorher auch aha müssen wir hier mal ein bisschen ausleuchten le de de sagte ich eben das ginge schneller das war gelogen die 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 approach läuft da im übrigen nightbeat ftp.modland.com im Verzeichnis Uploads einfach mal nach nightbeat suchen und ja im Verzeichnis nicht im Ordner weil ftp und weil nix windows deswegen nix Ordner und ja ftp.modland.com nicht www.modland.com da kommst du nicht weit ftp.modland.com immer schön dran denken du brauchst einen FTP Klient dafür wenn ihr nicht weißt was das ist YouTube hilft dir gerne oder aber Google oder Bing oder Yahoo oder wie sie alle heißen die Suchmaschinen unserer Wahl so übrigens da überall scheint mir scheint mir was zu sein scheint mir was zu sein wo die Fackeln dahinter stehen li di 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 guck mal hier was ein hübsches zugemauertes Löchlein so wir müssen drei Lagen in die Höhe und zwar in diesem Bereich di 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 hier hier muss das alles so hin und ich glaube das machen wir tatsächlich auch wieder mit nem Füller Alter ich bin ja mal gespannt ob wir mit der Energie da runter kommen also diese Seite hier die mach ich jetzt einmal komplett fertig ja die obere Seite und dann bin ich ja wirklich gespannt ob wir das in die Reihe kriegen die Energie hier bis unten hin fahren zu lassen aber das sollte eigentlich gehen wir haben ja schon ganz andere Strecken überbrückt mit Energie und falls das nicht klappt dann nehmen wir ein Tether Act ist natürlich nicht so ohne mit so einem Tether Act aber naja so di 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 das ist ein alter Track aus Dungeon Keeper 1 den wir da hören so und jetzt pass mal auf jetzt stellen wir uns nämlich da hinten mal so auf die Ecke von wo kommt der denn der kommt von da kommen wir denn mit der Energie bis hier runter und haben dann noch Strom das wäre mal die Sache die Sache dies auszuprobieren gilt weil wir hier unten den Saft brauchen um das Ding einmal komplett auszuhebeln hier das müssen wir ausprobieren und genau das werden wir jetzt auch tun zack jetzt gehen wir mal hier mit unseren Energieleitungen ran an das Ganze weil das ist die Frage schaffen wir das so lalala 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 lala lalala 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 lala lala lalala now command nö 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 soll das Das passiert im Übrigen, wenn du versuchst, vor lauter Hektik gleich zwei Tasten auf einmal zu drücken. Ich frage mich gerade sowieso, warum ich mich hier unter Hektik setze. Ich meine, das ist Minecraft. Ist ja kein Counter-Strike, verstehst du? Ich meine, bei Counter-Strike, da verkacke ich ja regelmäßig. Das ist ja überhaupt nicht meine Welt. So, dann kann ich den doch aber hier so platzieren. Den Füller. Wenn wir den dann da so hin platzieren, dann können wir doch hier schon mal so, weißt du? Verstehst du, was ich meine so? Zip, 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 zip. Äh, pass mal auf. Ich probiere das jetzt alles aus. Dafür sind wir nämlich da, um das auszuprobieren. Der Füller kommt da hinten in die Wand rein. So, da kommt der Füller hin. Hier kommt... ...kommt das genau so hin. In der Höhe 4. Also, hier lang. Wir sind auf Höhe 2. 3, 4. So ist es also richtig. Dann hier drüben. Und hier. Also müsste der theoretisch jetzt einen Rahmen ziehen, den er auch gezogen hat. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wenn ich den Füller jetzt da hinstelle, macht er das so. Auch das ist schon mal korrekt. Fop, 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 fop. So, dann können wir da nämlich erst mal unsere Kisten hinstellen. Mit dem Cobblestone. Diese holen wir uns jetzt gerade mal. Und dann hoffe ich, dass die Energieleitung bis da unten hin... Es ist schon cool. So, dann mache ich die mal ab. Die machen wir ab, die machen wir ab, die machen wir ab. Und die machen wir ab. Und hier müsste jetzt ohne Ende Cobblestone drin sein. Ist es auch. Und ein Haufen Geschiss ist auch noch drin. Das müsste man vielleicht mal anderweitig einlagern. Das machen wir am besten da rein. Das da, das da, das da, das da, das da. Energieleitungen brauchen wir noch. Das kann weg, das kann weg. Da muss mein Rucksack wieder hin. Ja. Dann nehmen wir uns den mal mit. D, 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 D. Kann ich das so hantieren? Kann ich das so umschalten, wie ich das gerne hätte? Ich hätte das nämlich gerne folgendermaßen. Das sollte so schauen. Dann sollte der Servo sein Übriges tun. Ja, so dass man den hier entsprechend versorgen kann. Zack. Dass er ein bisschen leuchtet. Und schon mal dieses Gerät hier befüllt. Der wird auf Ebenen gestellt. Und dann wird er vielleicht mal mit ein bisschen Energie angezogen. Müsste man hier die Strippe so stellen, so stellen und so stellen. Und theoretisch müsste er loslegen. Und das tut er auch. Genau. Und auf der oberen kommt dann einmal eine Fülllage drauf. Weil bei Ebenen füllt er nur unterhalb dieser, dieser Linie. Und bei Füllen legt er dann oben drauf auch noch was hin. Wenn er natürlich kein Material mehr hat, ist es klar, dass das dann blöd wird. Der dürfte auch, dürfte es auch nicht schaffen. Nee, das schafft er nicht. So, damit ist er fertig. Jetzt kann er hier noch ein Stück füllen, soweit er kommt. Das war's. Das ist dann der Moment, in dem wir einfach wieder die Kiste tauschen. Zack. Tschüss. Es ist natürlich dunkel, deswegen werden wir uns jetzt nochmal schnell hier oben platzieren, damit wir gleich nochmal ein bisschen pennen können. Es ist schon eine ganze Weile dunkel, ich weiß das. Aber, weißt du, wenn du hier immer so mit diesem Aufbau beschäftigt bist, dann ist das immer so eine Sache. So. Jetpack aus. Dann wird sich einmal kurz pennen gelegt. Dann wird ein heroin, wenn du hier mit dem